Hey Leute und willkommen endlich mal wieder zurück zu einem neuen Flohmarkt Video. Das Video hat sich jetzt ja um eine Woche verschoben, da ich nach diesem gigantischen Flohmarkt krank wurde und es macht auch Sinn, denn drinnen war es unglaublich heiß anhand der Menschenmassen und ich musste ja mehrfach zum Auto laufen, also gefühlt jede Stunde bin ich zum Auto gelaufen. Ja, jede Stunde, hört gut zu, bin ich zum Auto gelaufen und meine Tüten wieder ausleeren, meine Beutel ausleeren, meine Ware, meine Beute zum Auto bringen und es war kalt draußen. Also ich bin vom warmen, schwitzigen ins kalte, windige und da habe ich mich hundertprozentig in diesen drei Tagen erkältet. Hundertprozentig. Also kein Wunder, aber es war es wert. Es war einfach geil. Leute, bitte, guckt euch das mal an. Ihr habt es am Thumbnail ja hoffentlich gesehen, aber guckt es euch mal an, Leute. Äh, das ist eine gigantische Halle. Ich glaube, ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie riesig das ist. Und, das war nicht alles. Ihr seht hinten, kann ich ranzoomen? Ja, hinten da so Türen, wo es so ein bisschen rausleuchtet, ne, hier und hier. Das ist nicht nur der Ausgang, sondern dahinter ist noch ein riesig langer Gang und da war noch mehr. Da waren Sportartikel, Videospiele, CDs, Kassetten, bla bla bla. Hier in dem riesigen Raum war Kleidung, Spielwaren, Plüschtiere, Porzellan, Glas, Schuhe. Alles, was du dir vorstellen kannst. Und was war das Ganze jetzt? Es war der Anführungszeichen Flohmarkt. Es war nämlich ein Bazaar. Äh, kurze Erklärung. Solche gibt es mehrfach im Jahr. Ähm, da haben Leute gewisse Tage, wo sie ihre Dinge hinspenden. Heißt, wenn du, keine Ahnung, dein Yu-Gi-Oh! nicht mehr haben willst, aber es auch nicht verkaufen willst, sondern lieber etwas Wohltätiges damit tun willst, dann kannst du dann solche Bazaare spenden. Okay? Und dann gibt es dort hunderte, ja, hunderte Mitarbeiter, ehrenamtlich, die das Ganze eben sortieren, dann auf die jeweiligen Stände aufteilen und dann auch dort verkaufen. Ist auch eher so ein, du solltest nicht handeln dort, weil es kommt ja alles dem guten Zweck zu, ne? Sei es Obdachlose, sei es dies, sei es das, sei es Ananas, äh, kranke Menschen. Irgendwer kriegt da immer was ab von diesen wohltätigen Sachen. Und zumindest auch okay, wenn man so ein bisschen mehr zahlt als am Flohmarkt. Es ist einfach ein gigantisches Erlebnis, wo ich jetzt schon das zweite Mal war. Sorry. Oh Gott. Ja, ich bin noch immer nicht ganz gesund. Ich werde den Husten gerade nicht los. Auf jeden Fall. Ein riesiges Ereignis, einmal im Jahr. War ich schon das zweite Mal dort, war der Oberhammer. Hab auch jemanden von euch getroffen. Bruder, was geht raus. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen. Und ja, es war, es war einfach nur mega geil. Und was haben wir dort gefunden, Leute? Ja, das ist eher die Sache, ne? Ich guck mal kurz. So müsste es, glaub ich, gehen. Also, wir werden heute jetzt nicht in Einzelnen drüber reden, sondern ich dachte auch zuerst, hey, ich zeige euch die Highlights im Detail, aber es ist zu viel. Es ist zu viel. Wir haben tonnenweise Brettspiele rausgetragen. Das meiste wusste ich nicht, was es wert ist. Punkt. War auch für mich irgendwie ein bisschen spannend, um neue Sachen rauszufinden. Es ist leider nicht immer alles vollständig, aber das meiste war vollständig. Und da bin ich sehr zufrieden, wenn das meiste vollständig ist, dann kann ich damit auf jeden Fall schon mal leben und kriege auf jeden Fall mein Geld zurück und dies, das anders. Hab viel Neues gelernt, zum Beispiel, dass ich das innere Afrika als nicht noch mal mitnehmen werde. Vielleicht kriege ich dafür 15 Euro auf eBay inklusive Versand. Pro Brettspiel hat man so 3 bis 5 Euro bezahlt. Ich hab hier so Penthouse-Kniffel, wie ihr seht, mitgenommen. So uralte Spiele. Schweinerei ist ganz gut auf jeden Fall. Oh Gott. Cameroy Cup ist auch ein geiles Game. Hab ich schon sehr oft verkauft. Leider fehlt hier ein Würfel. Heißt, ich werde es jetzt erstmal nicht verkaufen, sondern erstmal aufbewahren für Ersatzteile. Bei diesem Drachenspiel, das ist eigentlich ziemlich geil, aber auch da fehlt die Anleitung, was nicht schlimm ist. Die kann man aus dem Internet ausdrucken, aber trotzdem, vor allem da drin, ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist zu viel. Ich hab schon alles wegräumen müssen, sonst würde ich hier einen Waden erst raufen. Da drin sind kleine Drachenfiguren, auch mehr geil. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Titanic hab ich mitgenommen, hier, ein Bausatz von Revell, auch immer geil, innen drin brandneu. Ist jetzt nichts krass teures hier mit dabei, aber die Masse macht es halt aus. Oder hier, schön Monopoly City mitgenommen, ihr seht sie am Schwarzmarkt, etwas von nicht lustig, die mach ich auch gern. Ein paar, ein PC-Spieler habe ich auch gefunden, clever und smart, ihr seht sie, also kleine Spielchen, das Starter-Set von Dungeons & Dragons, auch so ein 20-Euro-Wert. Ihr könnt euch da lösen, auch nicht so schlecht, in der Big-Box-PC, ne? Genau, das, wenn ihr das am Flohmarkt seht, auch geil. Der Hobbit bringt glaube ich auch so um die 20 Euro, nicht schlecht. Dann habe ich ein bisschen Bücher mitgenommen, hier zum Beispiel TKKG, ein Shampoos-Spiel, ein bisschen drei Fragezeichen-Bücher, dazu kommen mir gleich noch mehr. Also ihr seht schon, ich habe versucht, trotz großer Konkurrenz dort, also ich rede jetzt nicht unbedingt von Resellern, sondern eher von sehr vielen Menschen einfach, die gerne mal ein Schnäppchen machen und was kaufen, ne? und da waren halt so viele Menschen, da bist kaum an die Spiele rangekommen, da bist kaum an die Plüschte rangekommen, kaum an dies. Diana hat verdammt viel geile Schuhe gefunden, teure Marken, für günstige Preise, die sie selbst natürlich trägt, Diana verkauft nicht. Und ja, also schon mal mehr geil, auch das hier mehr gefunden zu haben. Dann hier oben noch weiter, Fauna-Brettspiel, sollte auch so um die 25, glaube ich, bringen. Zahnke auf der Blanke, ihr seht jetzt noch mehr TKKG-Bücher, einen Haufen kleine Kassetten vom Pumuköl zum Beispiel, dann nehme ich auch immer gerne mit, oder Flitze Feuerzahn. Dann Tassen, oh Gott, Tassen. Hier fängt es an mit den Tassen, oh Gott, hör mal auf mit Tassen. Tassen, 50 Cent, das Stück voll geil. Dann, ja, wie gesagt, sehr viel Pumuköl mitgenommen und was mich sehr gefreut hat, oh, ich weiß gar nicht mehr, zwei oder drei Euro pro Stück diese Aufbewahrungsboxen aus Holz für Kassetten. Voll geil. Was mache ich damit? Verkaufen? Nein. Die behalte ich, denn da kann ich meine Kassetten rein sortieren, die ich verkaufe. So sehe ich halt immer auf den ersten Blick, ah, da ist die, ah, da ist die, da ist die, mega geiles Lagerungssystem. Davon brauche ich auf jeden Fall noch viele, viele mehr. Wenn ihr sowas habt und zu verkaufen habt, ne, schreibt mir gerne mal auf Instagram oder auf Discord, Link in der Videobeschreibung. Solche Kassetten, Aufbewahrungsboxen aus Holz würde ich echt noch mehr brauchen. Ich habe echt viele Kassetten. Aber ja, Kassetten auch mitgenommen, auch die bringen den einen oder anderen Euro, wenn es die richtige ist. Aber wie schon gesagt, auf diesem Bazar-Flohmarkt ging es mir eher darum, Neues zu entdecken, zu lernen, Spaß zu haben. Ne? Dann, Haufen Plüschtier, die habe ich mitgenommen, ne? Unter anderem von Benjamin Blümchen, ihr seht es hier. Oder, äh, Niki ein bisschen wieder mitgenommen. Also alles Querbeet, Plüschtiere natürlich. Dann mehr Brennspiele, die haben mich am meisten interessiert, muss ich sagen. Sie hat noch gar nicht so viele Plüschtiere, leider. Spiel des Lebens auch immer geil, kriegst du auch so 25, 30 Euro. Privacy auch so circa. Lömerrücken fand ich geil. Das ist ein Spiel von Ikea. Uraltes Spiel von Ikea, fand ich auch sehr interessant. Dino-Dejektive, ah, Dino liebe ich auch immer, so hat er auch so einen 20er bringen. Ähm, Linie 1, auch ein Brettspiel, das kenne ich schon, mehrfach verkauft, voll geil, bringt auch immer knapp 30 Euro. Wie gesagt, Problem ist, Gottes Kranksein, gib es auf die Eier. Problem ist, dass nicht alles vollständig ist. Das Bluff ist nicht ganz vollständig, ne? Mauer bauen ist auch nicht so ein Highlight, aber hey, Brettspiele, Brettspiele, Brettspiele. Dann habe ich bei den Plüschtieren geguckt und drehe mich um und stehe plötzlich vor den Puzzles und mich gucken drei alte Vintage Hey-Yay-Puzzles an. Eines, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, eins war aus den 70ern, eins aus den 80ern und eins aus den 90er Jahren. Zwei davon sind älter als ich. What the fuck? Voll geil. Natürlich, die haben dort die Puzzles nicht gezählt. Stell dir mal vor, du musst tausende Puzzles mit tausenden Teilen zählen. Ne. Das heißt, volles Risiko bei den Puzzles muss ich selber zählen, aber wenn sie vollständig sind, wisst ihr ja, habe ich euch oft schon gesagt, diese Hey-Yay-Dreiecks-Puzzles sind einiges wert. Da bin ich auch so aus Spaß ein Playmobil, ein Brettspiel mitgenommen, Dracula sah cool aus, wie gesagt, viel zu lernen, Ecolo habe ich mitgenommen und auch genau, für unsere Sammlung, für mich und Diana, das Detektivspiel, die drei Fragezeichen, das sieht verdammt geil aus, im Regal zu Dianas ganzen drei Fragezeichen, CDs und Hörspiel-Kassetten. Dann ja, Ecolo habe ich schon verkauft für 20 Euro. Furtbar. Also, ich habe auch schon ein paar Sachen verkauft, aber noch nicht so viel. Warum? Ich habe noch nicht alles auf Ebay. Dann habe ich ganz viele, ihr seht es, drei Fragezeichen Bücher mitgenommen. Warum? Wenn das drei Fragezeichen Buch die Erstausgabe ist, bringt es auf Ebay bis zu 20 Euro. Und das schmeckt. Dann habe ich mir genommen zwei Dragon Ball Mangas, die waren echt teuer, ich glaube zwei Euro pro Stück, aber hey, die konnte ich nicht liegen lassen. Dragon Ball Mangas, immer geil. Ist glaube ich jetzt auch nicht irgendwie First Edition oder so. Aber, Dragon Ball Mangas lässt man nicht liegen. Boah, habe ich doch gerade Digimon gesehen. Oh Gott. Digimon Adventure. Oh. Oh. Ja, ich glaube, aus dem Jahr 2000 sind die. Ich muss euch kurz bitte die Werbung zeigen, Leute. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Sandland, Digimon Adventure, dazu kommt auch ein Spiel des Jahres raus, ne? Und ich liebe, liebe Wemon, ne? Jetzt nur 14 D-Mark ab 01.01.2002. Oh Gott. Geil. Also allein schon dafür haben sich die Bücher gelohnt. Ist da auch eine Werbung drin? Ne, hier nicht. Ja, da ein bisschen so Artbooks. Oh, die waren damals schon teuer. 26 Euro. 26 Euro. Die oder in die Mark halten. Also Artbooks. Allein die Werbung in solchen Dingen ist einfach nur geil. Also die zwei mussten auf jeden Fall mitkommen. Da konnte ich nicht Nein sagen. Und mussten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also ja. Das linke hier unten ist für Diana gewesen. So oder so. Drei Fragezeichenbücher. Geil. Hey, Dreieckspuzzle. Auch Arschgeil. Also das sind Dinge, die ich wusste. Ecolo. Habe ich gesehen. Wusste ich. Geil. Also auch vieles mitgenommen, was ich natürlich wusste. Dann war Tassentag. Es war Tassentag. Am letzten Tag waren die Tassen noch günstiger. Trotzdem habe ich, ich schätze, sagen wir mal im Durchschnitt über die drei Tage gerechnet, wurde am letzten Tag immer alles billiger. Dafür war auch schon das meiste weg. Aber am letzten Tag alles billiger. Im Durchschnitt habe ich so um die 50 Cent pro Tasse gezahlt. Und ihr seht, glaube ich, wie viele Ostern und Weihnachten Milka-Tasse ich mitgenommen habe. Warum? Für diesen unschlagbaren Einkaufspreis kann ich einen super Bundle-Preis machen. Dann sehr Tassen von Langnese, kleine von Titel, eine von diesen Moomin, oder wie der heißt. Die Tasse ist auch schon verkauft für um die 25 Euro für eine Tasse. Ein bisschen Naruto, Star Wars, Nescafé, Senseo, Eigenbedarf. Ähm, eine Nicht-Lustig-Tasse, vier geile Starbuckstassen. Ich weiß gar nicht, ob ihr die seht. Die fand ich auch geil. Eine mit Blümchen, eine von Phuket, eine von Jakarta und eine sehr seltene, die angeblich um die 70 Euro bringen sollte. What the fuck? Starbuckstassen natürlich auch niemals liegen lassen. Hier noch zwei von Chibo, fand ich auch schön. Ein kleines Pumukul-Spiel und eine Pumukul- Ah, Deedl-Spiel und eine kleine Pumukul-CD. Das war so der letzte Tag. Da war die Ausbeute jetzt nicht mehr so groß auf diesem riesigen Flohmarkt. Aber ja. Trotzdem, ich habe verdammt viel gekauft, verdammt viel gefunden. Sollte ein verdammt viel großes Plus machen. Sollte, dass das Video jetzt nicht so detailliert ist. Aber ihr hört es ja, ich huste nur rum. und ich gucke auch immer für Diana nach drei Fragezeichen-CDs und die sind meistens bei Kinder-CDs mit dabei. Und was war in diesem Haufen ganz unten drin bei den Kinder-CDs? Dieses Code Veronica Resident Evil für die fucking Dreamcast, Leute. Für die Dreamcast. Wie geil ist das denn bitte? Ey, ich habe mich so gefreut. Es ist zwar leider keine Anleitung dabei, aber die CDs sind drin. Muss ich jetzt nicht aufmachen. Die CDs sind drin und ich werde es erstmal behalten. Denn mal ernsthaft, wann findest du für zwei oder drei Euro ein Resident Evil für die Dreamcast am Flohmarkt. Das muss ich irgendwo hinter mir hinstellen. Mein Pokémon-Spiel hat ja auch nur fünf Euro gekostet damals. Also irgendwo muss das hier hin. Als Erinnerung, dass ich das so ein Glück hatte. Denn ihr könnt euch ja eine Sache vorstellen, dass am ersten Tag sofort alle Videospiele weg waren. Die Leute sind hingerannt wie die ihren. Haben sich dort so hingestellt vor den Videospielen und haben alle gekauft. Punkt. Ich nehme die Schachtel. Fertig. Wisst ihr, wie ich meine? Einfach nur nervig. Ich hoffe, er hat einen dünnen Stuhl morgen. Aber ja, ich habe mich so gefreut, dass dieses Videospiel noch da war. Vor allem für die Dreamcast. Kannst du dir mal nicht glauben. Einfach ein Dreamcast-Spiel. Geil. Das kommt auf jeden Fall in die Sammlung, weil ich es viel zu cool finde zum Verkaufen. Aber ja, zum Verkaufen habe ich ja genug. Wie gesagt, noch nicht mal ansatzweise alles auf Ebay eingestellt. Die ganzen Blühstiere, Brettspiele, das Zählen hat, ich habe Zählen, der Brettspiele hat lang gedauert. Die ganzen Kassetten, es war so viel Zeug, Leute. Es war, ich habe 400, ich habe knapp 400 Euro ausgegeben. Aber es war es wert. Es war geil. Ich habe vor allem sehr viel gelernt, sehr viel Wissen dazu bekommen, was mehr als 400 Euro wert ist. Und somit hat sich der ganze Flohmarkt schon deshalb gelohnt. Es war geil. Es hat Spaß gemacht. Wart ihr auch bei sowas schon mal, bei so einem riesigen Bazar? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, für einen schönen Tag, Daumen nach oben vergessen, kostenlos abonnieren, Bruder Faust geht raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.